Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Burnout Paradise. Wir machen weiter, wo wir aufgehört hatten. Wir haben nur noch 26 Siege vor uns. Und ja, wir werden mal hier von dem Wagen hier, werden wir mal die Challenge machen. Weil, wie gesagt, man kann ja, die zählen ja als Rennen. Von daher brauchen wir uns da keine wirklich großen Sorgen machen. So, das Ding ist ja hier eine Crash Card. Das bedeutet, wir dürfen einiges crashen, ohne dass wir dafür belangt werden. In dem Sinne, wow, man siehe, aber den Wagen mag ich jetzt schon nicht. Wenn ich mir so angucke, wie der fährt. Okay. Up in Drift. Oh Gott, ey, dieser Wagen, ne? Na egal, wir haben ja eh Zeit ohne Ende, also werden wir uns jetzt mal die Challenge bewegen. Aber ich werde durch die Werkstatt fahren, weil ich will den Heiligen Wagen haben. Oi, 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 oi. Der war jetzt aber knapp. So, wir können uns ja ganz langsam bewegen. Von daher, da sind auch noch Smashes überall. Also ich hab so so viel vergessen eigentlich. Oh. Ah, komm schon. Ab da drüber. Nochmal da drüber. Oh, oh. Oh, come on. Der war fies. So, dann werde ich mir gleich nochmal extra den Boost auffüllen. Weil ich werde garantiert nicht ohne Fullboost fahren. Das kannst du nämlich vergessen. So, am Schrottplatz müssen wir auf jeden Fall rechts. Ich hab mir das nämlich nochmal kurz, kurz vor der Aufnahme, so ein paar Sekunden davor, hab ich mir das nämlich angeguckt, wo die Challenge für diesen Wagen ist. Und ich muss jetzt definitiv umdrehen. Denn das war jetzt ein bisschen Fail. Ja, da oben ist er doch. Na, komm schon aus dem Quark, du olle Karre. Ah, jetzt hätte ich da nochmal durchfahren können. Das bedeutet, ich hätte im Prinzip das Ganze auch verballern können. So, dann wollen wir mal. Ernsthaft. Also im Prinzip den ganzen Weg nur hoch, oder was? Joa. Ist ja irgendwie praktisch. Das einzige Problem ist lediglich nur, dass ich ziemlich viel Gas geben muss. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Oh Gott, ich schleif mit dem Wagen, wie sonst was. Wie soll man denn da mit dir dran kommen? Oh, ihr habt keine Ahnung. Egal. Wir fahren einfach mal gerade aus. Wow. Da war die Werkstatt eigentlich. Na toll. Ich wollte mich da eigentlich gerade durchfahren, aber hey, egal. Ja, ich weiß, dass ich da lang hätte müssen. Na, egal. Das ist der Schöner, dieser Wagen. Dieser Wagen ist so robust. Im Prinzip genauso wie der Bus. Nur, dass der Bus im Prinzip nicht so hin und her schwankt wie dieser Wagen. Ich hätte das... Ups. Da habe ich noch die... Hi. Ich wollte mal Hallo sagen. Ja, fahr weiter. Ist klar. Loll, Alter. Ist klar. Na, egal. Nur, dass dieser halt eben hier so viel rumschwankt. Nein, nicht in den Bus. So. Ach, guck mal, guck mal, guck mal. Alter. Dieser Wagen, ne? Glaub mir. Ich bin froh, wenn ich diesem Wagen die Challenge dafür habe. Und ich sollte mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. Weil ich habe nämlich ansonsten das Problem, dass ich das nicht rechtzeitig schaffe. Wozu habe ich Boost? Holla. Ui, ui, ui. Dieser Wagen fährt sich wie so ein Schiff. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, komm schon. Genau zwei Minuten. Nein, zwei, eins. Schade. Wäre zu schön gewesen. Ne, zwei Minuten und 54. Yes. Yes. So. Hunter Take Down Dirt Racer. Was für ein Name, Alter. Ja, wir müssen noch ein bisschen geradeaus. Weil ich will ja, wie gesagt, da runter wieder. Beziehungsweise ich will ja zum Schrottplatz. Von daher. Superdome. Ui, 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 ui. So. Entschuldigung. Komm schon. Yes. So. Oh, so, 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 so. Ganz ruhig, ganz ruhig, Browder. Ja, den einfach mal leicht weggeschubst hat, ne? Oh, ne? War so klar. Hey, ich hasse das hier immer runterzufahren. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. A stolen Honda Vision. Ja, komm, 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 komm. Über, drüber, 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 drüber. Komm schon, komm schon, komm schon. No. Hui! Nein! Oh! Komm schon! Yes! Hab ich ein Glück. Und hinten ist die Achse auf jeden Fall eigentlich gebrochen. Eigentlich. Wohl bemerkt. Na egal. So, wir müssen ja jetzt wieder zurück zum Schrottplatz. Nur ich hab gerade keinen blassen Schimmer. Oh, da, da, da. Nein, das retten wir nicht, weil das brauch ich auch nicht. Oh, jetzt ist so die Frage. Wo muss ich lang? Auf Cannibal, lol. Ich glaube, ich muss da lang, ne? Ja. Aber das habe ich immer noch nicht geschafft. Stimmt ja. Aber da hätte ich jetzt auch reingehen können. Wo ist denn hier der Schrottplatz, bitte? Ups, häller. Ach, da unten ist er. So. Ja. Und ich muss hier lang. Ups! Das war aber volle Kanüle reingesammelt. Sehr schön. Hast du schön gemacht. Oh, egal. Ach, guck mal, hier drüben ist auch noch so ein Burnout-Rennen. Takedown-Rennen. So, dann wollen wir da mal rein. Das sind schon wieder ein paar Smashes, die ich nicht mitgenommen habe. Alter! Hier, 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 das ist die monströse Dirt Race Edition des Hunter Takedown. Er bietet zusätzlichen Boost-Power, äh, zusätzlich Boost-Power, damit du eine Rakete durch deine Gegner schießen kannst. Ja, danke, dass du so langsam machst. So. Können wir den? Jetzt kommt der dran. Ja. Geht doch. So, ich glaube, davon hat mir die Challenge das letzte Mal nicht geschafft. Ja, ich weiß auch warum wieder. So, dann gehen wir mal da durch. Boost ist okay, ja toll. Was... Uiuiuiui. Ich frag mich sowieso, wo der ist. So. Ich hab keine Ahnung, wie sich dieser Wagen fährt. Nicht mehr, sagen wir es mal so. WTF, da hab ich auch das Innalix gelenkt, das hätte ich nicht machen sollen. Ja. So, wo warst du jetzt, du olles Rennen? Ich weiß, dass du nicht leicht zu fahren warst. Ah, ich meine, mich wieder erinnern zu können. Ah, da hinten ist es doch. Ja, wow. Okay, jetzt weiß ich, warum ich den nicht gemocht habe. Wenn man nur mal mit dem Pferd, was ich gerade nicht tue, dann geht das ja. Börder zu Price. So, komm schon. Da geht's lang. Da bin ich auch noch nicht durchgefahren. Ernsthaft jetzt? So. Uiuiui. So, hätten wir das. Wie gesagt, ich werde mir hierzu die ganzen Wagen holen. Nein, das war das Rennen. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das so gehasst habe. Na, na, okay. Fuyu, Alter. Ich glaube das einfach nicht. Das ist doch so ein Rotz, weißt du? Aber in der Zeit... Ja, genau. Oh, ja, genau. Oh, ja, jetzt hör doch mal auf durchzudrehen. Scheiß Karre, Alter. Genau, deswegen hasse ich diese Karre auch so. Boah, diese Karre, ne? So, der Boost ist okay. Bringt mir nur gerade nix. Wie gesagt, solange man normal fährt, ist ja alles in Ordnung. Oh, das hätten wir. Das hätten wir. Geradeaus oder rechts? Geradeaus. Okay. Will ich mal hoffen. Dass du mich auch richtig führst. Wow. Das war gerade ein übelst verbleckten Flip. Ja, mein Wagen ist gerade vollkommen zerstört. Aber scheiß drauf. Ach stimmt, ich habe keinen Boost. La, la, la. Okay, Gegenverkehr. Oder auch nicht. Wow. Ist ja die Frage, wo ist jetzt der? Scheiße, ich muss mich beeilen. Und ich habe... WTF. Ich wusste gar nicht, dass es da reingeht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach so. Du bist ja noch gar nicht bereit. So, wo willst du mich hinführen? Arreicht? Okay. Machen wir. Warum zum Henker lenkst du mich hier lang? Ach so. Deswegen. Ich weiß schon warum. Toll. Schaffe ich sowieso nicht. Schaffe ich nicht. Vergiss es. Nicht in diesen wenigen Sekunden. Das kannst du vergessen. Es sei denn, ich schaffe das in 20 Sekunden. Da hochzufahren. Nöp. Vergiss es. Alter. Das war ja schon von Start aus so scheiße, weißt du? Man muss das auch noch so scheiße weiterlaufen. Die Zeit läuft. Äh, okay. Aber die Strecke ist total scheiße. Da kannst du ausgehen von. Ja, komm. Mach. Dieser Wagen ist so scheiße zu fahren, weißt du? Der hat sogar das GT-Zeichen. Oh, ist du! Ach, komm. Komm mal. Komm mal, Alter. Alter. Äh, Alter. Ja, ernsthaft. Vergiss es. Wenn das schon so losgeht, dann werde ich das Neustart. Ja, komm schon. Lass mich fahren. Ich weiß, dass ich gerade zwischendurch ein bisschen sehr leise bin. So, jetzt heißt es nur weise fahren. Das bedeutet, ich muss jetzt ziemlich weit rechts fahren. Ja. Hätte ich mir fast denken können. Neun! Warum war mir das so klar? Ach, komm, Mann, Alter. Ich mach gerade so viele Fehler, Alter. Das kostet mich gerade so viel Zeit. Das ist so unnötig vergeudete Zeit. Dieser Wagen hält nix aus. Und genau das hasse ich an diesem Wagen so. So, jetzt aber. Zack. Zack. Schau, 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 schau. Zack. Zack. Oh, oh. Und? Ja, genau. Genau. Auf jeden Fall. Ich könnte so heulen wegen dem Wagen, ne? Komm schon. Bau auf. So, geht da. Ja, ich weiß. Nein. Wow. Ja, komm schon. Noch mehr bewusst. Wow. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der war jetzt wirklich Herrschapp an der Grenze. Und der war jetzt irrmies. Puh. Ich bin recht schnell da durchgekommen, ne? Yes. Äh, ja, da hätte ich jetzt gerade durchgekommen. Ja, hätte ich auch wieder durchgekommen. Na, super. Wie viel haben wir denn? Das habe ich schon wieder nicht, ernsthaft jetzt. Na, vergiss es. Schaffe ich wieder nicht. Ach, come on, Alter. Dieser Wagen hält doch nichts aus, ey. Dann können die gleich schon wieder neu starten, ey. Ich könnte so kotzen bei diesem Wagen, ne? Äh. 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 Ja, ich weiß, ich bin gerade ruhig. Ich versuche mich nur gerade nicht aufzurecken. Das ist alles. Ui. So, zumindest weiß ich jetzt, wie ich ungefähr fahren muss. So, den Burnert. Ach, come on, come on, Alter. Ernsthaft. Der hätte jetzt ernsthaft nicht sein müssen. Könntest du dich mal bitte wieder fangen? So, der Boost ist wieder. Da. Nein. Ach. Mein. Ey, ja genau, setz mich doch noch hierhin zurück. Ist ja gar kein Problem. Nein. Oh, geht doch. Alter, jetzt habe ich schon wieder eine ganze Minute vergeudet für den ganzen Scheiß. Weißt du? Wow. Wow. Ach. Mann. Ey, das ist doch einfach unmöglich, dieser Wagen. Ich hasse das. Ey, jetzt Boost zu drücken, wird mir nichts bringen. Toll. Wieder vergeudete Zeit. Das schaffe ich wieder nicht. in der richtigen Zeit. Kannst du vergessen. So. Ach. Come on. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Hör doch auf zu drehen. Hör doch auf zu... Hörst du dich auf zu drehen? Alter, sag mal. Äh, dieses Rennen, ne? Boah, dieser Wagen, ey. Mit diesem Wagen kannst du nicht fahren. Das ist ein purer Wagen, mit dem du voll Stunts machen kannst. Das ist ein purer Stuntwagen. Mit dem kannst du Donuts machen. Mit dem kannst du wirklich alles machen, weißt du? Aber normaler Rennen, vergiss es. Dieser Wagen ist zu gut. Ey, komm mal. Jetzt habe ich deswegen schon wieder nicht aufgepasst, weißt du? Dieser Wagen treibt einen zu Weißglut. Okay, weißt du? Jetzt! Ja! Vergiss es, dieser... Ey! Ey!